Wir haben heute eine Kampagne vorgestellt, insbesondere Sairan Atish mit einem ganz starken Team, wo wir dafür werben, dass auch Muslime so lieben können, wie sie wollen. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Kampagne ist, die wir heute vorgestellt haben, weil Liebe kennt kein Geschlecht. Und gerade in einer so weltoffenen, toleranten, vielfältigen und bunten Metropole müssen wir darüber sprechen, dass jeder so leben und lieben kann, wie er fühlt und jeder so leben und lieben kann, wie er möchte. Liebe ist Halal bedeutet, dass wir an den Liebenden, warmherzigen Gott glauben und dass Liebe nicht verboten sein kann. Also wenn ein Mann, ein Mann und eine Frau, eine Frau liebt, dann kann das doch nicht verboten sein und es kann in unseren Augen auch keine Sünde sein, die gestraft gehört. Deshalb Liebe ist Halal. Diese Diskussion wollen wir jetzt führen und dabei unterstütze ich sehr, sehr gerne die Kampagne von Sairan Atish. Das besteht zur Kampagne von Sairan At hungern. Da haben wir jetzt 47.0防-иля heuresber來說 ge начал. Und ja, hier. können Sie aberzneimersenGper în mind. urst